Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und das ist auch der erste Advent und ich lasse euch natürlich mit dem Video nicht im Stich und habe diesmal etwas, also es ist nichts weihnachtliches, das hatte ich aber auch schon angekündigt, dass ich da so ein bisschen verhaltener bin und hatte jetzt glaube ich zwei, habe ich euch gezeigt, bin mir jetzt gerade aber nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin, aber eins auf jeden Fall und aber ich habe diesmal, ihr wisst ja, ich habe im Oktober das eine Meerschweinchen verloren, was ich leider einschläfern lassen musste, mein Bert, meinen kleinen zuckersüßen Schlumpi und habe mir Fell aufgehoben, das Fell habe ich selber auch aufgehoben, aber auch beim Tierarzt nochmal gesagt, ich hätte gerne noch Fell, was die auch ganz lieb gemacht haben und mir ins Tütchen gepackt haben und daraus mache ich jetzt so Erinnerungsstücke für mich und versuche mich da noch so ein bisschen reinzuwurschteln, ist nicht ganz so einfach und habe mir dafür diese Perlenform hatte ich ja schon, das heißt, da habe ich jetzt so ein bisschen dann mal geschaut, wie das am besten funktionieren kann, habe es mit der Pinzette so ein bisschen da reingemacht und habe es auch erstmal nur mit einem gemacht, mit mehr wollte ich es jetzt erstmal nicht und habe dann Resin angerührt und habe dann versucht, das Ganze auch reinzubekommen. Es ist ein bisschen tricky, das werdet ihr auch sehen, ich kann es nicht mal genau beschreiben, also einfach versuchen, dort irgendwie reinzufädeln, also auch so ein bisschen, ich habe es dann so leicht gedreht auch und habe es dann so ein bisschen reingemacht und wie gesagt, Ergebnis finde ich super und dementsprechend bin ich mit meinem zweiten Versuch, glaube ich, ich habe schon mal Tierfell verarbeitet und freue mich da eigentlich schon sehr, dass ich das überhaupt so gut hinbekommen habe und genau, habe also dementsprechend ein bisschen mich da versucht, daran versucht. Es gibt ganz viele, die können es unglaublich gut, die haben so ein Händchen für diese Kunststücke und ich will mich da gar nicht in diese Reihe einreihen, wie gesagt, ich mag es nur, dass ich es überhaupt geschafft habe, da so ein schönes Ergebnis zu bekommen. Ich zeige euch auch natürlich zum Schluss, dass man das gut auf eine Kette machen kann, die Form selber würde jetzt nicht passen, um das Ganze jetzt auf so einem Pandora-Armband zum Beispiel zu machen, aber das ist auch okay und hier habe ich tatsächlich jetzt versucht, ganz langsam immer wieder mal reinzugehen in die Form, dass halt immer wieder noch mehr von dem Resin reinrutscht. Man sieht es nicht wirklich und man ist da ein bisschen ahnungslos unterwegs, also es kann auch sein, dass man einfach zu wenig reinmacht. Aber ich finde, wie gesagt, dafür finde ich das wirklich ein ganz wunderschönes Ergebnis und wie gesagt, zeige ich euch zum Schluss. Ich habe auch noch ein bisschen nacharbeiten müssen, weil es natürlich ja auch übergelaufen ist. Da musste ich so ein bisschen die Reste abmachen und das Einzige ist, was ich euch jetzt noch nicht zeigen kann, ist, dass da so eine silberne Tropfen draufkommt, wie man das so von so Schmuckstücken herkennt, weil die, die ich da habe, die passen leider nicht. Das heißt, da warte ich aktuell noch drauf und aber trotzdem finde ich, wie gesagt, das Ergebnis sehr, sehr schön und für mich eine wunderschöne Erinnerung, die da jetzt auch bleibt. Ich habe noch ein anderes Video, was dann, ich weiß noch nicht, ob ich es nächste Woche dann mache oder übernächste Woche, damit es nicht zu viel ist, immer das Gleiche, ist ja auch langweilig, aber da mache ich es tatsache dann mit UV-Hart und ich habe es auch schon gedreht, also keine Sorge und hier packe ich es jetzt aus und bearbeite es dann auch nach. Hier seht ihr übrigens, ich nutze immer irgendwie Mülltüten, um das als Unterlage zu machen. Das macht sich echt super. Ich habe ganz viele Seiten, die ich dann dafür nutzen kann und wenn nicht irgendwas schief geht, dann kann ich die sogar noch als Müllbeute selber nochmal nutzen. Also das ist so mein, wie sagt man, neumodisch Hack, um das Ganze schön zu machen. Ihr seht auch hier schon, wie ich so ein bisschen da das eine jetzt mit ins Bild stelle. Ich hatte es vergessen, einzeln zu drehen, aber ich habe beide gleichzeitig gemacht, muss ich dazu sagen. Aber es geht erstmal um das linke, nämlich um diese Perlenform. Und das andere zeige ich euch, wie gesagt, ein andermal. Während ich jetzt hier noch so ein bisschen rumwusel, möchte ich auch nochmal Dankeschön sagen für dieses wundervolle Jahr. Ich werde es bestimmt zum Ende des Jahres nochmal direkter auch sagen, aber ich hatte ein ganz tolles Jahr mit euch auf YouTube. Ihr seid so zahlreich dazugekommen und hätte ich nie gedacht. Für mich einfach ein ganz tolles Erlebnis, dass wir so viele auch schon geworden sind. Und ja, dementsprechend, ich freue mich auch, dass Kommentare dazu kommen, dass Tipps kommen, dass Fragen kommen, dass Däumchen nach oben kommen. Ja, auch Daumen nach unten, aber die seht ihr ja nicht. Und dementsprechend lasst es gerne da. Ihr dürft auch ein Abo da lassen. Ich freue mich immer, wie gesagt, sehr. Und wir gehen gerade straff auf die 700 zu. Ja, ansonsten hier, dadurch, da das noch nicht hundertprozentig ausgehärtet ist. Also ihr solltet, wenn möglich, das relativ frühzeitig dann, also nicht noch tagelang liegen lassen, dann rausnehmen aus der Form und dadurch konnte ich jetzt einen Großteil mit der Schere wegmachen. Den nächsten Teil, das seht ihr dann auch, ich habe mir mal so ein Set mit so einem Schleifgerät geholt. Für mich das Beste, was ich mir zulegen konnte und dadurch ist das für mich einfach ein wunderschönes Erinnerungsstück geworden. Ich konnte es ein bisschen abfeilen dann auch noch und ja, wie gesagt, ich war da so ein bisschen lost verloren und bin dann manchmal aus der Kamera gegangen, also nicht übel nehmen. Aber ich wollte es euch zumindest zeigen. Das ganze Video ist übrigens minimal schneller. Ich wollte es nicht extrem schnell, weil es halt auch sehr feinteilig ist. Hier habe ich übrigens versucht, gröbere Sachen mit der Schere noch so abzuschneiden. Denn das sieht ein bisschen verboten aus. Das ist wie, es gibt Leute, die, wenn die mich sehen, dass ich ein Brötchen aufschneide, mir das Brötchen gerne aus der Hand nehmen wollen, weil sie Angst haben, dass ich mich verletze. Ähnlich wird es wahrscheinlich hier auch sein. Also dementsprechend, nein, ich habe mich nicht verletzt. Und ja, aber ihr seht schon ein bisschen von dem Ergebnis. Wie gesagt, ich zeige es euch ganz zum Schluss nochmal und ich zeige es euch auch an der Kette und bin da auch sehr froh, dass ich mich rangewagt habe. Ich habe es ja ein bisschen vor mich hergeschoben. Das war einfach eine Gefühlssache auch, die ich für mich selber einfach auch sehr, mich hat sehr getroffen, dass der Kleine gehen musste. Und jetzt ist ja der eine alleine. Und ich werde es bestimmt auch mal in einem richtigen, ordentlichen Meerschweinchen-Video machen. Und ich habe jetzt insgesamt drei Schweinchen. Ich habe mir zwei kleine Babys noch dazu geholt. Die vertragen sich zumindest aktuell noch so. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich zwischendrin schon mal jemanden hatte, ein kleines Schweinchen, ein zuckersüßes, was so kleine Pinsel oben an den Ohren hatte. Und aber leider haben sich da mein Großer, der jetzt zurückgeblieben ist, der Ernie, und der kleine andere leider nicht verstanden. Und Ernie hat darunter sehr gelitten. Und da habe ich als Meerschweinchen-Mami dann entschieden, dass der Kleine wieder gehen muss. Der war drei Monate alt. Die kleinen Babys, die waren jetzt, wo ich so geholt habe, vier, fünf Wochen alt oder auch sechs. Müsste ich genau nachzählen. Das war jetzt auf jeden Fall, ein paar Tage sind sie schon da. Und ich finde, wie gesagt, die vertragen sich sehr gut aktuell. Und es ist wieder Leben in einer Bude. Und auch Ernie tut es, glaube ich, ganz gut. Und ja, deswegen kann ich da jetzt auch ein bisschen entspannter auch das Tierfell-Video auch dazu machen. Aber wie gesagt, mich hat es da sehr getroffen, als es jetzt dann sein musste. Und gerade, weil das so ein Zuckerschweinchen war. Und ich glaube, das kann, glaube ich, nur jemand verstehen, der selber Haustiere hat. Und für mich macht es keinen Unterschied, ob es ein kleines Meerschweinchen ist, ob es eine Katze, ein Hund oder was weiß ich ist. Tiere sind Familienmitglieder. Und die gehören einfach mit dazu. Und dann sollte man da einfach auch die so behandeln. Und ja, dementsprechend hier friemählig, wie gesagt, noch eine Weile. Lasst euch da nicht stören. Ich quatsche einfach so vor mich hin. Und frage einfach mal so, wie sieht es denn aus? Was macht ihr denn zu Weihnachten? Habt ihr Traditionen zum Beispiel? Und was habt ihr so Schönes vor? Eben auch jetzt ist er aktuell sehr, sehr kalt. Bei uns ist es auch noch sehr glatt. Und Schnee liegt auch noch. So lange hat er, glaube ich, schon lange nicht mehr gelegen. Und allerdings, ich will nicht rummeckern. Aber was soll's? Der Winterdienst hat bei uns versagt. Ganz klar, eindeutig. Ich finde es immer sehr schade, dass der Winterdienst, ich sag mal, das hat geschneit und geschneit. Und es ist kein Winterdienst unterwegs gewesen. Niemand. Als die dann irgendwann mal geräumt hatten, war es mittlerweile gefroren. Es war alles plattgetreten und unglaublich nass. Also dementsprechend, das Glatt ist einfach unmöglich gerade. Man schlängelt sich so irgendwie über die Straßen durch. Ich bin ja jemand, der mit den Öffentlichen fährt. Ich habe ja keinen Führerschein. Und es ist unglaublich schwierig, an manchen Stellen da irgendwo lang zu laufen. Ich bin jemand, der sehr, sehr vorsichtig läuft, weil es für mich einfach ganz, ganz schwierig ist. Ich möchte eben, ja, auch nicht hinfallen. Ich laufe schon auf Treppen immer sehr vorsichtig, also dementsprechend, ja. Ja, hier seht ihr übrigens das Set. Das ist, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube von Dremel. Da ist alles drin, was ein Mensch braucht, der irgendwie so kleine Sachen auch mal abschleifen will. Und der Akku hält unglaublich lange. Der lässt sich gut halten und alles drum und dran. Also für mich wirklich die beste Anschaffung in dem Bereich, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe natürlich auch normales Schleifpapier da, aber ich finde das jetzt einfach viel, viel, viel schöner und freue mich sehr darüber. Hier mache ich jetzt noch die Kleinigkeiten fertig. Gleich zeige ich euch im Bild, wie die Perle aussieht. Und wie gesagt, dann noch ein Foto, wo ich das als Kette dran habe. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen ersten Advent. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.